Ja, unser Ratschen-Glaus ist ohne Ratschen, wie immer. Bist g'siht, Glausi? Ja, Moment. Ja, Moment. Hey, macht noch einer, an die Schwierung. Nein. Eine kurze Pause. Der Glaus hat's noch nicht mitgekriegt, dass die Veranstaltung losgegangen ist. Ich hab ihn vor. Ja, da haben sie sogar letzten Tag, gell? Jetzt haben wir ihn schon gefunden, ne? Ja, da muss er weiterletzen sein. Ja, ja. Wir haben ja Zeit gehabt. Wir haben ja Zeit gehabt. Das passiert nix mehr. Keine Zeit mehr. Glausi! Er wird auch noch anders genannt. Er ist der Brennholz-Handler aus Rosenheim. Ja, er hat nur Hartholz. Also. Nur Qualitätsware. Ich hab' seit Oktober nicht mehr gespielt. Ich war noch nicht überhaupt davon. Na ja, den Oben ist's. Wir werden schon wieder zeigen, gell? So, sind wir geschickt. Und wenn ich muss jetzt den Wegwein, das ist schraubiger. Ich hab' ja recht nicht gesagt. Ich hab' ja schon eine Haare. 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 Die Haare. Ich hab' ja schon einen Haare, Hey! 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 Ja! Da sind jetzt zu! Na ja, das ist schon klar! Das ist nicht... Wir gehen mal fein an den, gell? Und hätten da eine Meinung gespielt. Zugabe! Also Klaus, du hast jetzt vorgespielt. Hast du lieber eine Meinung, oder? Du hast die Fragen gemacht. Es ist wie für meine Sparte. Die waren sehr, sehr spannend. Und ich, was würde jetzt auch machen? Gut, dann fangen wir in den Volker. Die Kirola für den Volker. Die Kirola für den Volker.